Hey Leute, Crimex hier, was geht mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf die kranke Wahrheit über König Thomas reagieren. Leute, kennt ihr König Thomas? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss irgendwie ehrlich sagen, an mir ist das bis jetzt so ein bisschen vorbeigezogen. Irgendwie hat der Typ ja voll den Hype auf TikTok. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so viel auf TikTok und weiß gar nicht, warum der Typ so gehypt ist. Deswegen werden wir uns heute gemeinsam das Video reinziehen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Vielleicht wisst ihr schon mehr. Lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video, Freunde. Das ist König Thomas. Der Mann, der hier im bunten Shirt hinterm Mikrofon sitzt, hatte tatsächlich über 300.000 Follower bei TikTok. Und erreicht mit seinen schrägen Streams und Videos Millionen von Zuschauern. Aber ist die Person hinter der Kunstfigur König Thomas wirklich so harmlos, wie sie auf den ersten Blick erscheint? In diesem Video zeigen wir euch die kranke Wahrheit über Deutschlands selbsternannten neuen König. Und wer Thomas Hornauer, wie König Thomas in echt heißt, eigentlich wirklich ist. Die meisten von euch kennen King Thomas wahrscheinlich durch die kuriosen Tam-Dance-Streams, mit denen er immer wieder viral geht. Das Prinzip ist einfach erklärt. Der König spielt Musik und singt. Andere TikTok-Nutzer, die er seine Königskinder nennt, klinken sich dann in den Stream ein und tanzen dazu den Tam. Bis jetzt ja an sich erstmal nichts Verwerfliches, ne? ...ist hierbei die Abkürzung für transzendentale Aktiv-Meditation. Und angeblich hat König Thomas diese kuriose Art der Meditation erfunden, um die unterschiedlichsten Menschen in Frieden miteinander zu vereinen. Immer wieder haut er dabei auch Lebensweisheiten raus, wie diese. Also das Tam-Dance-Tanzen. Wirft man jedoch mal einen Blick in die Vergangenheit des Königs, hat man schnell Zweifel daran, dass es dem friedlich, fast schon hippiemäßig wirkenden Mann wirklich nur darum geht, Kulturen zu vereinigen. Wir präsentieren euch jetzt die Fakten und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden. Wie schon erwähnt, heißt König Thomas eigentlich Thomas Hornauer und ist ein 62-jähriger Unternehmer aus Baden-Württemberg. Schon lange vor seiner... Und jetzt sitzt er so im Internet. Schrägen TikTok-Karriere nahm sein Leben eine ungewöhnliche Wendung. Denn während Thomas Hornauer nach der Schule zunächst eine ganz normale Lehre in einer Gießerei absolviert hat, sattelte er dann im Alter von 24... Was hatte der Typ da für eine Frisur, Alter? ...20 radikal um und wurde zum Nachtclub-Betreiber. Da er hier schon mit dem Thema Erwachsenenunterhaltung in Berührung kam, gründete er dann 1998 schließlich eine Firma, die viele verschiedene 090er-Nummern betrieb. Diese sogenannten 090er-Telefonnummern wurden damals meist nachts im Fernsehen mit leicht bekleideten Damen beworben. Und Anrufer... Damals DSF, nachts, so. Das war was, ey. ... hier anzügliche Gespräche mit Frauen zu sehr teuren Minutenpreisen führen. Immer diese Werbung, als Kind. Doch Thomas Hornauer direkt mehrere solcher Leitungen... Als Kind hat man da das erste Mal den weiblichen Körper gesehen. ... im Vierte hatte er schon in seinen 20ern ein gutes Vermögen aufgebaut. Aber das ist noch nicht alles. Tatsächlich produzierte Thomas Hornauer damals auch eigene Erotik-Filme, in denen er teilweise sogar selber mitspielte. Da der Unternehmer mit seinen Hotlines... Also es gibt Pornos von dem Typen. So viel Geld verdiente, dass er sogar zum Millionär wurde, folgte im Jahr 2003 schließlich ein Schritt, der Thomas Hornauer schlagartig in ganz Deutschland bekannt und berüchtigt machte und von dem viele seiner aktuellen jungen TikTok-Zuschauer vermutlich gar nichts mehr wissen. Vor 20 Jahren kaufte er nämlich für anderthalb Millionen Euro B.TV, einen kleinen, insolventen Regionalsender, der bis dahin ein unspektakuläres, amateurmäßiges Fernsehprogramm für Baden-Württemberg ausstrahlte. Nach Hornauers Übernahme ist mit dem normalen Regio-TV-Programm aber schnell Schluss. Und er baut den ganzen Sender von Grund auf neu um. Ab diesem Zeitpunkt laufen nämlich fast nur noch esoterische und astrologische Sendungen mit Hellsehern, Wahrsagern und Kartenlegern. Und auch Thomas Hornauer moderiert dabei selbst. Das Konzept vieler Sendungen ähnelte sich dabei. Zuschauer können über teure Hotlines anrufen und ihnen wird dann ihre... Ey, die Leute haben da aber auch 1,86 Euro pro Minute gezahlt. Und aus der Schweiz sogar 4 Franken 23. Angebliche Zukunft vorausgesagt. Es dürfte euch wenig wundern, dass Thomas Hornauer damals auch gleichzeitig der Betreiber dieser Hotlines war und so ordentlich an Menschen verdient, die gerade durch Lebenskrisen gehen und einfach hoffen, dass sie in den Sendungen Lösungen für ihre Probleme bekommen. Was sich direkt etwas dubios anhört, ist es laut verschiedenen Medienberichten aus dieser Zeit übrigens auch gewesen. Noch im selben Jahr, in dem Thomas Hornauer BTV übernimmt, ordnet die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei dem Sender an und ermittelt wegen unwahrer Werbung und sogar Betrug gegen den Unternehmer. Der angerichtete Schaden wird damals auf fast 700.000 Euro geschätzt. Tatsächlich sind es aber nicht nur Zuschauer, die Schäden davon trugen. Ehemalige Mitarbeiter berichteten davon, dass es bei dem Sender zuging wie in einer Sekte. Wie heißt das andere Läger? Hey, don't get the podcast. Wollt ihr scheiß viel Geld mit mir verdienen? Ja! Sie seien angeblich von Hornauer heftig eingeschüchtert worden, mit dem er sie in stundenlangen Einzelgesprächen massiv unter Druck setzte. Thomas Hornauer, dem seine früheren Mitarbeiter Gehirnwäsche vorwarfen, soll damals schon Kontakte zum umstrittenen Stamm der Licatia... Ey, was ist der Typ eigentlich für ein Mie... Also, an sich ja eigentlich unternehmerisch krass, was er sich aufgebaut hat. Also, gut sei mal dahingestellt, dass es halt mit Erwachsenenfilmen und sowas ist ja egal, aber an sich hat er sich ja wirklich da selbst Millionen aufgebaut und den Sender da aufgebaut. Aber was ist das für ein Typ, Alter? Macht erstmal Erwachsenenfilme, macht damit Millionen, kauft einen kleinen regionalen Fernsehsender, macht daraus einen Esoterikkanal mit so... Aber irgendwie hat er es ja geschafft, dass Leute da halt wirklich voll viel angerufen haben. Also er muss ja wirklich richtig Geld damit verdient haben. Der aber irgendwie in so einer Sekte noch drin ist... Also, ey, ganz, ganz kranker Kerl. ...haben einer religiösen Sekte, die laut Aussteigern ihre Mitglieder finanziell ausbeutet. Obwohl der Sender 2004 schließlich von einem deutschen Gericht verboten wird, macht Thomas Hornauer mit seinem esoterischen Programm weiter. Er startet mit Kanal Telemedial, nämlich einfach einen neuen Fernsehsender in Österreich. Und ab diesem Zeitpunkt wird das Programm noch bizarrer. Thomas Hornauer, der Kanal Telemedial völlig allein führt, bezeichnet den Sender als ersten spirituellen Sender Europas und führt mit der telemedialen Zeit auch gleich noch eine komplett neue Zeitrechnung ein. Der Typ hat einfach... Ich weiß nicht, wie das früher oder wie das ist, einen Fernsehsender zu machen, aber der Typ hat einfach eigene Fernsehsender erstellt. Wie als wäre es so YouTube-Kanäle heutzutage. Also, weiß nicht. Ging das so einfach damals? Diese zählte nämlich die Zeit seit Entstehung des Senders. Als wäre dies noch nicht verrückt genug, sündet Thomas Hornauer neben all den Esoterik-Shows, in denen die Zuschauer gegen teure Minutenpreise beraten werden, nun auch noch völlig kuriose Teleshopping-Sendungen, in denen die Moderatoren tanzen und angeblich Lebensenergie aus einer im Studio aufgestellten Pyramide beziehen, während Hornauer dazu trommelt und singt. Irgendwann fängt Thomas Hornauer, der viele Sendungen selber moderiert, sogar damit an, einen Energieausgleich von den Zuschauern zu fordern. Der Senderchef behauptete damals, dass die Zuschauer durch das Gucken seiner Sendungen Lebensenergie geschenkt bekommen würden und will, dass sie dafür bis zu 50 Euro an ihn zurückzahlen. Dann leist du ihre Energie aus Deutsch. Ein Abo für Wissenswert ist hingegen übrigens vollkommen gratis. Also abonniert uns. Es tut mir leid, aber ist doch dann auch lost einfach von den Leuten, die das dann auch gemacht haben. Wenn jetzt jemand, dir im Fernsehen oder egal, ein YouTuber, whatever, dir jetzt sagt, ey, du hast jetzt mein Video geschaut und hast dadurch positive Energie bekommen. Ich möchte, dass du mir dafür als Dankeschön 50 Euro schickst. Also wer das dann macht, ey, tut mir leid, der ist doch selbst verloren so. Aber es muss ja anscheinend Leute gegeben haben, die das gemacht haben. Hä? Lasst euch nicht scannen, Leute. Nein, nein, nein. Auch wenn die Vergangenheit von Thomas Hornauer nun sehr zweifelhaft erscheinen mag, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was an seiner aktuellen Tätigkeit als König auf TikTok denn kritisch sein könnte. Eins können wir schon mal verraten. Auch auf TikTok sind seine Auftritte nicht ganz unumstritten. Übrigens lasst uns bei der Gelegenheit doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr König Thomas auch schon mal auf eurer Freundin-Page auf TikTok hattet und ob ihr ihn geskippt habt oder nicht. Übernehme nie die Meinung anderer. Also ich will dem Typen jetzt nicht zu viel unterstellen, aber wenn man halt seine Vergangenheit so betrachtet, dass er da halt so Leute halt voll so abgescammt hat mit seinen Fernsehsendern, ja, weiß ich nicht, ob das dann jetzt nicht anders sein sollte. Dann bildet ihr selber deine Meinung. Eine zentrale Frage zu dem TikTok-Star ist natürlich, glaubt Thomas Hornauer bzw. King Thomas, wie er sich mittlerweile nennt, eigentlich selbst an die Lehren, die er verbreitet? Oder geht es ihm nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen? Schaut man sich seine Vergangenheit an, deutet natürlich vieles darauf hin, dass Zweiteres der Fall ist. Natürlich ist es aber nichts Verwerfliches, über Social Media Geld verdienen zu wollen. Ein großes Problem liegt bei König Thomas, nämlich woanders. Und zwar bei seiner Weltanschauung, die er unter seinen meist sehr... Also, ich verdiene ja selbst mein Geld durchs Internet, aber es ist ein Unterschied, ob man Content gratis anbietet, wie jetzt mit YouTube-Videos. Ich mache YouTube-Videos, jeder kann die gucken, gratis, und ich verdiene dabei was. Der Unterschied ist halt, wenn man halt, wie jetzt bei seinen Fernsehsendern, die Leute dazu drängt, irgendwie zu überteuerten Preisen irgendwie da anzurufen und dann irgendwie noch Geld verlangt und so was. Also, das sind ja komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, es spricht ja erst mal nichts gegen das Geldverdienen an sich, sondern wenn man halt einfach Leute dafür ausnimmt. ...der jungen Zuschauern verbreitet. Thomas Hornauer verkleidete sich nämlich nicht nur als König, sondern scheint sich tatsächlich auch als einer zu sehen. Bereits 2015, schon Jahre vor seinem... Leute, seht ihr das nicht? Das ist das Gesicht eines Königs. Wer das nicht sieht, ist blind. Es tut mir leid. Tiktok rum eröffnete er in Plüderhausen in der Nähe von Stuttgart, wo er wohnt, ein sogenanntes Licht-Kristall-Zentrum, in dem er sich dann einen eigenen Thronsaal errichtete. Er behauptet, ein unehrlicher Urenkel von König Ludwig II. von Bayern zu sein und sagt von sich selbst, er ist König des vereinten heiligen deutschen Königreichs. Was... Quelle? Vertrau mir, Bruder. ...mit der Deutschmark sogar seine eigene Währung hat. Kritiker sind hierbei Parallelen zu den sogenannten Reichsbürgern, die ebenfalls über einen deutschen Königreicher ausrufen und den Staat Deutschland somit selber nicht anerkennen. Das hat echt Reichsbürger geholfen. Thomas Zornauer bestreitet diese Vorwürfe allerdings und sagt, sein heiliges deutsches Königreich sei lediglich eine Weltanschauung und hat keine Ansprüche auf das echte deutsche Staatsgebiet. Trotzdem ist das, was König Thomas auf TikTok inhaltlich verbreitet, nicht immer ganz unkritisch. Er redet dort nämlich nicht nur über Meditation, sondern bewirbt auch einen Telegram-Kanal, auf dem er Inhalte von Holocaust-Leugnern teilt und vor einer sogenannten Neuen Weltordnung warnt, was eine populäre Verschwörungstheorie ist. Ein anderer sehr großer Kritikpunkt an König Thomas' aktuellen Videos und Streams ist auch sein Umgang mit den TikTok-Nutzern, die bei seinen Thumb-Dances mitmachen. Der 62-Jährige äußerte sich nämlich immer wieder recht unangemessen den Jugendlichen gegenüber und machte beispielsweise anzügliche Kommentare über Mädchen. Dreh dich mal um 180 beim Tanzen, bitte. Dreh dich mal, bitte. Dreh dich mal. Auch auf berechtigte Kritik ihm gegenüber reagierte König Thomas sogar schon mit persönlichen Drohungen und erklärte, dass Menschen, die ihn kritisieren, Zitat, rassistisch gegenüber Königen wären. Nun wollen wir euch mal fragen, was denn eure Meinung... Wenn du mich beleidigst, ist es Königsbeleidigung. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin tatsächlich gar nicht so viel auf TikTok. Ich kann da weniger mitreden, aber anscheinend hat der Typ wohl gerade einen ziemlichen Hype. Auf jeden Fall eine kuriose Vergangenheit, ja. Leute, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von König Thomas. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute, euer CrimeX. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.